So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke und ich muss mal die Aufnahmen vergleichen, denn ich glaube, irgendwas ist mit der Kamera anders, die Kamera sieht anders aus, ich sehe anders aus, ich sehe plötzlich so aus, wie ich aussehe, das geht gar nicht. Also irgendwas hat sich umgestellt, dass das alles jetzt viel blasser ist, der Kontrast ist weg und ich kann eben mit dem normalen Ding nicht mehr hier, also ist ständig irgendein Problem. Ihr könnt euch so lange das Habitag angucken, wie das hier rumhüpft und friert, es schneit nämlich im Spiel, das ist das Beste, wenn es im Spiel schneit. Wir haben wieder eine neue Folge Max Out Monday, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ihr wisst, jeden Montag Max Out Monday, Hashtag Max Out Monday vom Hong damals, habe ich das überhaupt erst gekannt. Ich werde wieder einen Titel Pokémon Maxen, was ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise was in den letzten Folgen von euch schon immer zu gewünscht worden ist, was mittlerweile ja auch möglich ist, was ich aber unbedingt als Titel Pokémon haben wollte. Und dann gibt es fünf Vorschläge noch aus der Community von euren Vorschlägen unter dem letzten Video und so ist das Prinzip, wenn ich ein Hunderter habe und genügend XL Bonbons, dann werde ich das live im Video jetzt für euch pushen. So, den Vogel lassen wir in Ruhe. Wir gehen jetzt direkt mal hier drauf und wir geben jetzt mal ein, hier vier Sternchen und zack, da ist er schon, Skaraborne. Also, ich muss immer vier Sternchen eingeben, das ist die Kombination, um 100% Pokémon zu finden in eurem Beutel. Deswegen verstehe ich auch nicht am Seaday oder sowas, warum die Leute immer fragen, wie viel WP hat das Hunderter? Und dann wollen die 35 verschiedene WP-Kombinationen haben, die sie sich auf den Zettel schreiben, mitnehmen und bei jedem Pokémon, was sie im Fangbildschirm haben, auf den Zettel gucken und dann 392. Nein, 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 nein. Ne, steht nicht dabei, kann kein Hunderter sein. Ich fange es aber trotzdem für die Bonbons und Erfahrungspunkte und den Staub. So, 462. Moment, muss ich vergleichen mit meiner Liste von 35 verschiedenen Werten, die ich habe. Warum? Fangt einfach alles und nach dem Seaday gebt ihr eigentlich vier Sternchen, also vier Sternen, zack, dann seht ihr doch, bei den zuletzt gefangenen Pokémon war ein Hunderter dabei oder war kein Hunderter dabei. Mehr ist es doch nicht. Hier habe ich, oh mein Gott, da muss ich ja umwandeln. Ne, muss ich nicht. Der ist schon ein bisschen gepusht, jetzt war ich total erschrocken. Hier habe ich also, gerade während des Halloween Events, immer zu Skaraborn drin gehabt. Wer in meiner Liste ist, hat das bestimmt bemerkt. Skaraborn hier, Skaraborn da. Habe den auch gar nicht mehr versucht zu wechseln, weil ich unbedingt die XL für Skaraborn erlaufen wollte, voll machen wollte, dass der mal gepusht wird. Skaraborn bekommt ja auch eine Mega-Entwicklung. Deswegen ist das so genial, dass wir den hier mit genau exakt 220 XL-Bombombs pushen können auf 3.506. Und das ist auf jeden Fall jetzt schon eine Wucht. Wenn der noch die Mega-Entwicklung hat, der wird richtig fett, der wird richtig krass. Da freue ich mich schon total drauf. Das ist das Titel-Pokémon für dieses Mal. Ein Level 50er, 100% Skaraborn, 3.506. Ich bin so gehypt, Hauptsache irgendwann. Ich freue mich eigentlich auf jede Mega-Entwicklung. Da hat man immer noch ein bisschen was zu tun. Jetzt gehen wir mal hier um das Video. Wir haben 40 Kommentare bekommen beim letzten Video wieder. Ich hoffe, 40 Vorschläge und 5 Vorschläge aus der Community nehmen wir jetzt noch rein. Gucken mal, wer hat was kommentiert. Alex Hack. Buh. Nochmal, Alex Hack. Da steht einfach nur Ad Lixhuk. Was ich übrigens sehr komisch finde. Ihr könnt euch ja bei YouTube einen Alias zulegen. Und jetzt werden bei den Kommentaren nicht mehr die Leute angezeigt, wie die heißen, sondern die Alias, die die drin haben. Manche haben natürlich den Alias genommen, der ihrem normalen Namen auf Google entspricht, der auch bei YouTube angezeigt wird. Aber bei manchen steht jetzt einfach irgendwas. Aber nicht mehr das, was bei YouTube stand, normalerweise in Google. Das heißt, ich werde manche Leute von euch jetzt wohl auch gar nicht mehr wiedererkennen. Der Lixhuk, den kennen wir aber. Der schlägt hier vor. Schlingking, Schlingking kann ich aber direkt sagen, kann ich nicht machen. Habe ich erstens keine XL zusammen, zweitens kein Hunder da. Schlingking werde ich erst exzessiv reden, wenn es auch Shiny wäre oder sein könnte. Henry Herford. Meine Vorschläge für die kommende Woche ist, Kikugi oder eine Entwicklung von beiden. So, dann geben wir mal einen Kikugi. Beziehungsweise, ich kann Schlingking eingeben. Es erscheint einfach nichts, aber ich kann Kikugi eingeben. So, Kikugi mit Weiterentwicklungen. Denn wir wollen ja immer erst die Weiterentwicklungen maxen. Und sehen hier schon, ein Kinoso auf Level 50. Das zweite nicht. Das kleine auch noch nicht. Wir könnten theoretisch das auch mal maxen, um zu sehen, wie weit das kommt. Aber, theoretisch ist ja schon die Weiterentwicklung gemaxt. Also sparen wir uns das auf für Momente, wo wirklich gar nichts mehr geht. Denn wir haben ja eins von der Familie schon da. Der Huck schlägt das nächste vor. Mit Pandifrost habe ich kein 100%. Genaya, max bitte ein Schlubleck oder Schlaraffel. Schlubleck oder Schlaraffel. Wir geben mal ein. S-C-H-L-U. Schlubleck ist hier. Können wir maxen. Zennkopfstoß, Superstrahl. Dann ist das der erste Vorschlag, der direkt geht. Wo wir auch noch keins gemaxt haben. Wo es noch keins gibt. Weder ein Schlurb noch ein Schlubleck. Also ist das das erste, was funktioniert. Schlaraffel gucken wir uns jetzt nicht an. Denn Genaya hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht. Der ging durch. Wäre ja sonst fies, wenn einer alle fünf Vorschläge mit einmal macht und alle durchkommt. 2789. Da dürfte sich der Isbo eigentlich freuen. Der ist riesengroßer Schlurb-Fan und Schlubleck-Fan. Was ich hier aber dumm finde. Der hat die ganze Zeit die Zunge draußen. In dem Moment, wo er ruft, hat er sie nicht draußen. Der müsste doch gerade beim Rufen dann machen. Dann wäre das auch irgendwie viel besser. Vier Vorschläge noch übrig. Sarinas Vorschlag. Dumm-Isel. Jetzt müssen wir mal aufs Dumm-Isel gucken. Dumm-Isel ist gemaxt und heißt Eckig. Das hat sich der Eckig damals gewünscht. Weiter geht's mit Miku. Meine Vorschläge wären. Schlug weg. Kuk-Mada und Psi-Augon. Schlug weg. Schlug weg. Schlug weg. Ist der Brocken hier. Der ist aber schon auf 50. Sieht sehr schön aus mit diesem Hintergrund. Der macht's richtig. Der macht das Maul ganz weit auf. So, was war... Kuk-Mada und Psi-Augon. Müssen wir da mal reingucken. Kuk-Mada. Ne. Kuk-Mada. Hammer da. Wir haben auch hier noch ein Erlöstes. Wollen wir lieber das Erlöste pushen? Oder das? Ich weiß es nicht. Wir können das Erlöste nehmen. Ich glaube, das ist dann günstiger, oder? 272, 208, 400.000 Staub. Der hat natürlich ein höheres Level. 292. 272. Wir brauchen weniger XL. Wenn wir Erlöste pushen, dann pushe ich einfach dieses Erlöste jetzt. Ziehe das hier hoch auf 2056. Okay. Mach da dann den Tag dran. Bitteschön. Kuk-Mada. Hat also gepasst. Braucht man das nicht, sonst nicht noch mit angucken. Und irgendwie fühlt es sich einfach besser an, einen Erlöstes zu pushen. Glaube ich. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist es komplett egal. So. Zwei Vorschläge von euch. Drei sind noch übrig. Was haben wir noch? Baloo. Null Sternen. Nicht Raupi. 100% Krypto. Bei Null Sternen ist aber ja sowieso, es ist eigentlich schon ausgeschlossen, was zu pushen. Denn wenn ich sage, ich pushe nur Hunderter, bei denen ich die XL habe, ist egal, was es mir bei Null Sterne anzeigt, dann ist da ja eh kein Hunderter dabei. Er sagt noch 100% Krypto. Das ist mir eigentlich zu allgemein. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Und darauf bezieht er sich ja auch. Deswegen lassen wir das mal aus und gucken mal nach dem Justin Strehl. Ich würde gerne Tromborg auf 50 haben, wenn das geht. Soll ich das jetzt machen oder willst du so eins haben? Wir gucken mal nach Tromborg auf 50. Haben wir schon mit 2.893. Also immer noch drei übrig. 100% Glückstäddy hatte ich auch gestern bekommen. Kai Botsch. Mein Vorschlag ist Wolli. Wolli. Wolli ist Zwollock. Zwollock. Reicht nicht. Sind nur 255 XL. Und wir könnten noch 17 umwandeln. Ist also leider zu wenig. Ralf Köhler. Ich schlage Pikachu mit den bunten Luftballons vor. Habe ich keinen Hunderter. Und müsste ich ja Raichu maxen. Raichu ist gemaxt. Maximilian Dragons. Mein Vorschlag. Nach Tara oder Voltoball. Nach Tara müsste gemaxt sein. Ich glaube, ich habe mal eine Spezialfolge gemacht, wo ich alle Evoli-Entwicklungen gemaxt habe. Der kommt auch nur auf 2.400. Voltoball. Geht es ja dann wieder um Lektoball. Lektoball habe ich. Die Hisui-Form ist gemaxt auf 2.4. Und die normale Kando auch auf 2.3. Also die ist sogar hier stärker. Ist also auch nix. Der Adi Ha. Adolf Hess. Genau. Grüße gehen raus. Toheido wäre cool. Nice Folge. Toheido. Habe ich keine XL. Ich habe nur 107 oder 90. Und 51 könnte ich umwandeln. Reicht leider nicht. Nick, ich schlage Skorcro, Bronson oder Mautzinger vor. Skorcro. Aber Skorcro haben wir glaube ich beim letzten Mal schon gesehen, dass wir auch zu wenig XL haben. Nicht mal 200. Mautzinger. Habe ich glaube ich gar keinen Hunderter. Mautzinger. Habe ich keinen Hunderter. Bronson schlägt er noch vor. Wie das Unzeichen weggemacht. Bronson. Bronson würde aber funktionieren. Wir nehmen also das. Pushen das hoch auf 2.531. Auch den Level 50 Tag natürlich dran. So. Bitteschön. Der dritte Vorschlag von euch 2. Stehen auch aus. Wie Brandon Tan. So müsste man den gleich nennen. Dann der Nick. Könntest du auch mal wieder eine Folge machen, in der du deine 50er zeigst, damit wir auf dem aktuellen Stand sind. Könnte ich für Freitag vielleicht vorbereiten, weil ich soll Freitag eh schon in Meiningen sein. Also Donnerstagabend gehen. Dann kann ich Freitag gar nichts mehr machen mit euch. Also könnte man da so eine Spezial-Extra-Folge mal machen. Pogahunder. Ich wäre für Pelipper, falls du es noch nicht gemaxed hast. Pelipper, Pelipper, Pelipper. Da falle ich gleich vom Flipper, äh vom Glauben ab. P-L, Pelipper. Pelipper. Pelipper ist noch nicht gemaxed. Pelipper haben wir hier ein zweites. Wir werden dieses einfach maxen. Warum erkläre ich euch jetzt nicht. So. Pelipper 2404. Zack. Level 50 Tag dran. Und dann ist er auch im Sack. Das heißt, noch ein Vorschlag von euch, denn das waren jetzt vier. Glaube ich. 2404. Grüße an Pogahunder. Jetzt hier Timo. Ich probiere es noch einmal mit einem Schlup. Schlup-Lake haben wir gerade gemaxed. Es hat mich gefreut, dich und das Muttertier auch mal hinter der Kamera kennenzulernen. Grüße Timo. Grüße gehen zurück an Timo. Natürlich, wer das nicht gesehen hat. Timo ist extra am Top-Raid Sonntag nach Ibu gefahren. Eineinhalb Stunden, als er gesehen hat, dass ich 17 Uhr einen Raid machen will. Und hat dort mich an der Arena abgepasst, verprügelt und dann im Kofferraum entsorgt. Das hat viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sieht man sich mal, wenn mehr Zeit ist, um noch mehr Leute zu verprügeln. Dann weiter hier. Ja, da fängt es nämlich schon an. User fj7wd3c3v Ach so, gut. Den gibt es. Der ist eh neu. Ab ins Tierheim. Meine Vorschläge sind Raffel, Bidifass, Wiesinio, A, Bok, Dothri und Minun und Plusle. Da ist bestimmt jetzt was dabei. Raffel, Bidifass, Raffel, Raffaello, Schlaraffel ist schon 2-6. Bidifass. Bidifass ist schon 2. Wiesinio und Arbok. Arbok hat, glaube ich, der Jochen letztens erst 2-1. Genau, Arbok. Wiesinio habe ich mir extra jetzt aufgehoben. Bin ja schlau. Weiß wahrscheinlich, dass das nämlich eh noch nicht ist, weil wir werden denn bitteschön Wiesinio Ne, doch, Wiesinio ist auch mit 1-9. Die werden immer schlechter. Dodri, Minun und Plusle. Dodri, Minun, Plusle. Wir können ja nicht Minun und Plusle trennen. Also müssen wir zuerst auf Dodri. Ist aber auch schon auf 2-6. Also müssen wir jetzt gucken nach Minun. Ist auch schon Minun. Und noch Plusle hinterher. Plusle ist auch schon. Ich war mir sicher, dass da was dabei ist. 2010, das waren noch Zeiten. Also immer noch weiter. JIB Songs. Das erkenne ich ja mal im Bild. Das ist Bisa-Fanenso. Moterbe, Pudox, Dresella, Klonkandustada oder Killia kostümiert. Wäre fantastisch. Killia kostümiert. Scheiß doch aufs Kostüm. Es geht um die IV. Nicht einfach ein schlechtes mit Kostüm hochziehen. Und dann vor allem nur den Killia. Klonkandustada. Also wer da einen Hunderter hat, der ist echt Gott. Also haben wir Moterbe, Pudox und Dresella. Was ist denn mit dir, Handy? Ich arbeite hier gerade. Jetzt auf aufzugehen, Mann. Dresella. Dresella funktioniert. Gut. Das heißt, wir pushen einfach Dresella und sind fertig. 1790 dazu. 2883 Dresella auf Level 50. Grüße natürlich auch an den Rest. Dresella! Wir müssen immer Bisa-Fan-TV nachmachen, weil der macht ja keine Videos mehr. So irgendwie ein bisschen. Außer mal Shorts. Und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Grüße an den Rest, der jetzt nicht dran kam, nicht erwähnt wurde. Gebt nicht auf. Auch unter dieses Video bitte schreibt Kommentare. Eure Vorschläge, die nicht genannt wurden, schreibt sie nochmal drunter. Wenn ihr neue Ideen habt, schreibt sie drunter. Das ist wichtig. Dieses Format funktioniert mit euch zusammen, denn irgendwann machen wir gar... Jetzt schneit es nicht mehr. Verdammt nochmal. Und ich bin gerade auf dem Weg, Tauros zu maxen, Bonbons für Tauros zu bekommen. Also nicht wundern, wieso ich die ganze Zeit Tauros drin habe. Ansonsten hat sich wohl nichts geändert hier bei den Pokémon mit den meisten WP. Ich seh dir immer noch hier, Luis ist am Start. Das war es von meiner Seite aus. Was habt ihr zuletzt so gemaxed? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Ciao.